Hallöchen ihr Lieben zu einer neuen Folge von Star Duelli. Es ist der Tag nach dem Angelwettbewerb, wie man sieht, an der wunderschönen Kopf... Kopfverzierung? Kopfschmuck? An dem wunderschönen Kopfschmuck, den ich aufhabe. Morgen wird es schneien. Oh, ich glaube, so klar hat er das noch nie gesagt. Ah, heute sind sie nicht so gut drauf. Okay, vielleicht sollten wir dann heute eher keine Minenausflüge machen. Aber wir haben hier einiges zum Pflücken. Das ist doch schön. Ich hatte ja schon die Hoffnung aufgegeben, dass da irgendwann nochmal was kommen würde. Moment, was ist denn das eine hier, das nicht fertig ist? Na, da bin ich aber mal gespannt, was da draus wachsen wird. Boah, guckt euch das an. Da werden wir gut Geld verdienen. Ähm, Moment. Ich glaube, das geben wir wirklich alles ab, oder? Oder heben wir von jedem eins auf? Naja, wenn ihr unbedingt wollt, dann heben wir halt eins auf. So, wenn ihr so laut schreit und sagt, nein, heb eins auf, dann sage ich, na gut. So, der Rest kommt aber weg. Und hier nehme ich direkt nochmal eine Cranberry und tue sie hier oben rein. Und hole die Marmelade da raus. Sehr schön. Und dann gucken wir uns ein bisschen bei unseren Tierchen um. Ich habe das Gefühl, die werden wirklich immer fetter. Fetter und glücklicher. So ist es gut. So gefällt es mir, meine Lieben. Werdet nur glücklich, werdet froh und fett. Und gebt mir viele Eier. Moment mal, wieso ist da schon wieder Heu? Hä? Habt ihr nicht gegessen? Oder habe ich ver... Hä? Oh Mann, so langsam bringen mich die Tiere echt ein bisschen durcheinander. Vielleicht werden die auch sparsamer oder so. Sparsame Tiere. Das wünschte sich sicherlich so mancher Farmer. Ach, hier wächst gar nichts. Einfach mal so ein paar Tierchen, die auch mal mitdenken, ne? Oh! Ah, es ist noch mehr zerfallen. Welche Überraschung. Juhu. Vielen Dank. Ich hasse den Zaun so sehr. Aber wie ist es der Zaun hier denn zum Beispiel? Oh Gott. Ne, sagt es nicht. Er wird in ein paar Tagen zerfallen, oder? Nein! Und ihr alle habt nichts gegessen. Aber ihr seid glücklich. Also was ist los? Momentchen. Goat Cheese. Ich glaube, das ist aber nicht im Artist & Bundle mit dabei. Äh, Animal One. Ne, das ist doch wohl so ein Duck Egg. Ach ja, wir wollten das ja jetzt kaufen. Geil, geil, geil. Da müssen wir uns unbedingt heute drum kümmern. Monday, Tuesday. Ich glaube, da hat es auf jeden Fall auf. Jedenfalls wüsste ich keinen Grund, warum sie zuhaben sollte. Oh, aber was brauchten wir dafür noch? Oh, ich kann mich mal wieder nicht erinnern. Es war auf jeden Fall viel Holz. What? Okay, zum Glück haben wir ja... Jetzt mehr Auswahl. Hä? Was ist los mit euch? Und wo ist überhaupt... Ups! Hm, das war ja nicht so erfolgreich heute. Was habt ihr denn? Aber sauer seid ihr ja nicht. Hm, naja. Aber ihr hattet ja auch gemeint, dass das wohl so ist im Winter, ne? Die geben einfach manchmal halt nichts. Das ist schade, aber was soll man machen? Ist ja auch kein Beinbruch. Wobei ich extra hier noch mehr von den Dingern gebaut habe, Leute. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, das reicht für euch alle. Määä. Määä. Das kann ich ja auch. Määä. Ich glaube, das schmeißen wir weg, wollte ich gerade sagen. Das wäre ja eine Sünde, das wegzuschmeißen. Nein, das verkaufen wir natürlich. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Nö, nö, nö. Sehr schön. So, jetzt ganz in Ruhe, ja? Ja, ich nehme mal den, Moment. Dwarfscroll mit, den können wir mal beschenken. Und dann nehme ich einen Kaffee mit für Harway. So, dann gucke ich hier jetzt einmal in unsere Liste rein. Bring Emily einen Amethysten, den müssen wir noch besorgen. Ach, ein Squid. Ja, ich habe es versucht. Auch abends glaube ich schon, oder? Oder habe ich es abends nicht versucht? Oh, jetzt bin ich mir unsicher. Naja, jedenfalls werden wir jetzt mal mit dem Pferdchen losreiten. Ne, Moment. Wir machen das anders. Wir nehmen schon mal Steine und Holz mit. Und jetzt habe ich vergessen, was man noch braucht für eine Hauserweiterung. Beziehungsweise eine Coop-Erweiterung. Wir gucken einfach mal vorbei. Dann wissen wir auch, wie viel uns noch fehlt. Boah, ich glaube, der Rest war einfach nur Geld, oder? Das würde doch auch gar keinen Sinn ergeben. Wozu braucht man denn Kupfer bei einer Hauserweiterung, oder? Naja, für die Kupferrohre. Ach, ein Buch. Juhu. Freue ich mich aber. Können wir mal wieder in der Bibliothek vorbeischauen. Bei Gunther. Oh, was ist das denn? Hatten wir das schon mal? Was ist das? Chi-Chi, du stehst im Weg. Holly. Oh, eine... Ah, sind das die, die man so über den Kopf auch hängt? Und dann muss man sich küssen? Ihr wisst, was ich meine. Das könnten sie sein. Nein. Oh, sie ist nicht da. Verdammt. Na gut, ist nicht schlimm. Wir gehen erstmal in die Stadt. Holly. Ich meine, das hätten wir noch nie eingesammelt. Du bist gerade unterwegs in die Stadt. Kannst du mir mal sagen, wieso? Ich habe nach dir gesucht. So. Ein Krokus. Eine Aufgabe, eine Aufgabe. Ich fühle mich immer so vollständig, wenn ich eine Aufgabe habe. A Purge? Was ist denn eine Purge? Moment, da brauche ich echt jetzt mal mein Handy. Sekunde. So, jetzt habe ich es. Ich weiß gerade gar nicht, was Purge ist. Ich dachte, es wäre sowas, wo man Klamotten dran aufhängt. Aber ich bezweifle, dass es das ist. Ich habe sowas hier noch nie gesehen. So, Purge. Das ist ein Barsch. Nee. Ich wüsste gar nicht, wo man den fängt. Ich gucke mal kurz hier auf unseren Listen. Hier waren ja auch Fische vermerkt. Und wo man die fängt. Hier steht das nicht. Hm. Also das Einzige, was wir machen können, ist, bevor wir es akzeptieren, einmal in unserer Kiste gucken, ob wir das zufällig sowieso einmal schon gefangen hatten. Aber ansonsten ist mir das irgendwie ein bisschen zu heikel. Purge. Da muss ich immer an den Film denken. The Purge. So, mein Lieber. Für mich? Oh, das ist mein allerliebstes. Yay. Komm jederzeit vorbei, wenn du dich krank fühlst. Aber du bist ja jung. Ja, okay. Wir kennen die Sätze ja schon von ihm ganz gut. Ah, noch nicht ganz. Aber vielleicht mit dem nächsten Kaffee, mein Lieber. Mit dem nächsten Kaffee. So. Hm, vielleicht gucken wir da mal ganz kurz. Ach, nee, sie ist ja immer noch hier unterwegs. Ich wollte gerade sagen, ah, da kann ich ja mal. Aber nee. Ist hier irgendwas zum Einsammeln? Sieht nicht so aus. Hier ist ja doch häufiger eigentlich mal was. Aber da haben wir kein Glück gehabt heute. Äh, was wollte ich nachgucken? Ah, ein Perch. Äh, hier, ne? Ja. Tschapp. Hm. Ha, ha, ha. Ah, ha, ha. Ah, tatsächlich. Wir haben einen. Unglaublich. Das wusste ich echt nicht mehr. Dass wir den schon mal gefangen hatten. Der Name sagt mir gar nichts. Wahrscheinlich habe ich davon 100 Stück gefangen. Und habe es natürlich trotzdem vergessen. Ich schaffe das. Ich kann das. Ich habe das perfektioniert. Wer war jetzt Linus? Mal kurz gucken. Ah, okay. Ja, gerne. Dir bring ich sowieso gerne Sachen vorbei, du Armer. Der da oben ganz alleine lebt. Ich komme schnell zu dir. Das ist ja um die Ecke. Und vielleicht ist Dings ja dann auch schon mit ihren Einkäufen fertig. Was ich aber irgendwie nicht glaube. Aber ich weiß auch gar nicht. Hängt er denn auch hier ab? Tagsüber? Oh, guckt mal, wie viel hier einzusammeln ist. Wie cool. Das sollte Linus mal einfach alles einsammeln und verkaufen. Ja, er ist da oben. Voll cool. Und noch eine Winterroot. Sehr schön. Ich finde, ich würde ihn ja ihm schenken. Er müsste nichts dafür bezahlen. Aber egal. Ja, ich freue mich darüber. Hier, als Dankeschön. Bist du gekommen, um mich zu verarschen? Nein. Hä? Ich habe dir gerade ein Geschenk vorbeigebracht. Die Leute sind so undankbar. So. Ein bisschen Lehm. Dann können wir ja kurz in die Mine. Und dann geben wir hier eben die Dwarf Scroll ab. Das wird sowas von unser allerbester Freund werden. Vielleicht könnten wir auch nochmal ein bisschen runter. Einfach so eine Mini-Runde drehen. So. Ach, das erinnert mich an Zuhause. Wo ist er denn? Nur ein Herz? Äh, okay. Cave Carrots. Er liebt sie. Über alles. Aber er hat nichts Neues. Zah. Langweilig. Muss mir schon ein bisschen was anbieten hier. Sonst komme ich nicht mehr vorbei. Ich würde sagen, wir gehen mal hier auf die letzten Ebenen. In der Hoffnung... Uh. Hier ist er direkt... Hä? Wieso? Why? Ich meine... Ist das okay, aber... Wow, cool. Ein bisschen Kupfer. Aber ich habe ja... Au! Ich habe eigentlich ja eher gehofft, dass wir hier... einen Amethisten finden. Okay, Holz. Ach stimmt, wir wollten ja auch nochmal zu ihr. 2.10 Uhr. Ja gut, aber eine Ebene können wir ja noch runter und mal schauen, ob da was Interessantes zu entdecken ist. Ui! Okay. Oh, Fledermäuse. Immer her damit. Da brauchen wir noch ein paar wenige. Um unsere Sammlung voll zu bekommen. Huch! Na, sage mal. Wir haben aber auch ein Glück. Wir gucken aber noch am Ende der Gleise. Wobei ich denke, dass wir den eigentlich schon geleert hatten. Den Wagen, der da am Ende steht. Ja klar. Huch! Aber hier ist auch schon die Treppe offen. Oh! Die kommen ja nicht, die Fledermäuse. Deswegen haue ich jetzt ab. Oh! Hilfe! Okay. Hier sind echt ziemlich viele Gegner. Oh! Und ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt, gegen alle hier zu kämpfen. Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist wirklich mal hier infested with enemies. Void Essence. Oh! Der... Der macht immer komische Sachen mit mir. Der verzaubert mich immer. Mixed Seeds. Nee, nee, nee. Nicht angreifen. Hm. Hm. Zweimal Hardwood. Oh! Oh, das war knapp. So. Hm. Na ja, ich glaube, wir gehen raus. Ein paar Kämpfe bestritten. Oh, habt ihr gesehen? Ich bin noch auf dem vorherigen Screen nach unten gegangen. Und dann waren wir schon weiter unten, oder? Bin mir nicht sicher. Vielleicht habe ich es auch falsch gesehen. Aber es sah auf jeden Fall so aus. So, meine Liebe. Wehe, du bist jetzt nicht mehr da. Nein, es ist fast 5 Uhr. Nein, sie ist nicht da. Habe ich so nicht. Most days. Ach, Mann. Ich habe einfach kein Glück. Voll doof. So, wir gehen jetzt nochmal an den Strand. Oh, ist mir gerade warm, ey. Hier ist es so warm in diesem Zimmer. Ja, okay. Der PC läuft hier auch. Oh, vorher mit meinem PC. Das war ja voll die Krücke gewesen. Das war richtig schlimm. Da war ja 100 Grad in dem Aufnahmezimmer. Ihh, es tut mir leid. Ich habe nicht dran gedacht. Beziehungsweise zu spät gesehen, dass sie da gerade vorbeilief. Ich würde das auch Juck finden. Ihh, Juck. Juck, Juck. So, da ist nichts. Hier auch nicht. Aber hier oben auf jeden Fall. Da haben wir doch wieder was gefangen. Oh, ein bisschen Trash. Geil. Hm. Ach ja, stimmt. Wir haben ja jetzt auch drei Ebenen. Äh, ich packe das einfach mal hier nach unten. So, haben wir hier drüben denn wenigstens was? Oh, yay. Coole Sachen. Dü, 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 und dü, dü, dü. Wobei wir die vielleicht auch wirklich mal aufheben sollten. Und nicht immer gleich wegtun sollten. Also nicht gleich immer in die Tonne, die Verkaufstonne. So. Was machen wir jetzt noch mit unserem angefangenen Tag? Oh, Moment. Da ist noch was. Oh, ich habe ganz vergessen, das Buch zu lesen. Äh, sagte sie. Und es kam ein Buch hervor. Es müssten ja inzwischen auch schon wieder drei neue Bücher sein. Müssen wir einmal regelmäßig lesen, weil sonst sind es wieder beim nächsten Mal 15 Bücher, auf die ich keine Lust habe, die alle gleichzeitig zu lesen. Was ja wohl auch verständlich ist. Okay, da ist nichts. Und da auch nicht. Echt lustig eigentlich, dass sie immer noch so runterspringt. Irgendwie ein bisschen sinnlos. Aber egal. So. Da, 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 da. Ah, nee, ist Tuesday. Freitags und sonntags ist, glaube ich, der Wagen da. So, hier sind ja noch ein paar voll ausgewachsene Bäume. Da holen wir uns noch ein bisschen Holz jetzt. Weil das brauchen wir auf jeden Fall. Ich meine mich ja dunkel an eine 400er Zahl zu erinnern. Ach so, die wir jetzt hätten. Aber wir können ja mal zur Sicherheit 500 sammeln. Falls es doch 500 waren. Ich probiere mal so rum. Nee, der fällt gleich. Der fällt doch nach rechts. Ich sehe das. Ich lasse ihn in Ruhe. Der zum Beispiel fällt auch nach rechts. Aber ich glaube, das ist nicht schlimm. Das Holz müsste eigentlich genau hier bleiben. Aber bei dem anderen bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, der fällt raus dann. Äh, das fällt dann raus, das Holz. So. Mann, haben wir viele Bäume. So. Der fällt auch nach rechts, würde ich sagen. Nein, da ist was reingefallen. Seht ihr? Das ist echt schlecht. Huch. Wieso fällt das denn rein? Das ergibt ja nun keinen Sinn. Der fällt auch nach rechts. Die haben alle... Da ist doch noch gar kein See. Das tut ja gerade mal so, als wäre hier schon der See. Das ist doch gar nicht so. Das ist echt gemein. Und hier erkenne ich gar nicht, was dahinter ist. Hey, guckt mal. Da ist noch so ein Riesenbaumstamm. Wie geil. Den habe ich übersehen. Die geben ja immer zwei Hardwoods. Voll gut. Oder sogar acht Hardwoods. Wow. Ich hatte keine Ahnung. So lange her. Kennt ihr der fantastische Mr. Fox? Der kam gerade wieder vor kurzem im Fernsehen. Obwohl, ich bin mir nicht sicher, ob es nicht auf Sky war. Genau. Oh, das ist so ein toller Film. Der fantastische Mr. Fox. Das ist so Stop-Motion, wisst ihr? Ich finde Stop-Motion-Filme ja total faszinierend. Was für eine Arbeit da drin steckt. Und der ist so cool und hat so eine... Oh, ich weiß auch nicht. So eine schöne Story einfach. Müsst ihr euch unbedingt mal angucken, falls ihr den noch nicht kennt. Einfach ein schöner Film. Äh, so. Das kommt hier rein. Ich tue es nur hier jetzt erstmal rein, damit ich nicht durcheinander komme. Und hier gucken wir auch nochmal. Und hier. Ach, guckt mal. Eine Nautilus Shell hatten wir schon. Aber das tun wir mal noch rein. Und dann gehe ich hier rüber. Und Holly hatten wir auch noch nicht. Genau. So, der Rest kann aber hier rein. Hm. Die Krabbe. Oder hatten wir die doch noch nicht? Wir hatten doch gar keine Krabbe. Ich habe es mal wieder vermasselt. Naja, okay. Ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Die kommen ja sehr, sehr häufig. Ähm. So. Müssen wir einfach beim nächsten Mal dran denken. Ist ja nicht so mega dringend. Hey, wir hatten einen kompletten Copperbar gefunden. Ist ja geil. So. Wir könnten nochmal was verarbeiten lassen. Wovon haben wir denn am wenigsten? 19, 31, 26. Also lassen wir nochmal ein bisschen Kupfer verarbeiten. So. Gut. Ah, Kupfer zurück. Kohle zurück. Hm. Das muss hier rüber. Das, 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 das. Nee, das nicht. Trash aber noch. Aber hierher muss noch der Lehm. Und hier rüber kommen. Die Baum, Samen und das neue Hardwood. Das kommt dahin und das dorthin. Na, das sieht doch schön aus, oder? Haben wir doch mal wieder super Arbeit geleistet, würde ich sagen. Das lustige Weeds hier. Hm, ja. Ich weiß auch nicht. Klar, man kann das hier immer reinpacken. Aber es ist so, was da rauskommt, ist ja immer ziemlicher Trash. Also es ist trotzdem halt nichts mega geiles, was dabei herauskommt. Oh, das ging ja wieder super schnell. Requires. Ja, wollte ich ja auch gar nicht. Ist alles gut. Ist alles gut. Nope. Das noch mal. Mach ich gleich noch mal, oder? Direkt noch eine Runde. So. Ähm. Joa. Jetzt gucken wir noch mal kurz. Okay, da ist alles voll. Hier ist auch alles voll. Hier haben wir so ein Mischmasch-Krams. Was war das noch? Ach so, für den Herbst. Schade. Und die Beats auch erst im Fall. Das ist richtig blöd. Weil das ist ja die eine Aufgabe von diesem Mr. Key gewesen. Oder wie der hieß. Sehr, sehr schade. Naja, geht halt nicht alles im Leben, ne? So, wir gehen jetzt mal schlafen, meine Lieben. Es ist an der Zeit. Es ist 11.10 Uhr. Wir wollen ja am nächsten Tag auch einigermaßen fit sein. Ne? Wer weiß. Huch. Hä? Was war das denn für ein komisches Geräusch? Äh, okay. Danke sehr. Oder kommt das immer? Das ist mir noch nie aufgefallen. Dieses da-da-da-da. Wir gucken mal einmal raus, ob irgendwas Seltsames passiert ist. Boah, es schneit halt voll krass. Und ansonsten Brief und viele Sachen sind fertig. Also auf jeden Fall haben wir gut zu tun heute. Beziehungsweise in der nächsten Folge von Stardew Valley. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.